So, bevor es hier die Zeit wegreitet, muss ich das Level jetzt auch mal beenden. Jetzt will er nicht. Ja. Aber wir haben es geschafft. Das war hoffentlich das Lächste. Wow. Herzlich willkommen zu Kisten-Schieben. Nein. Level 11. Du bist auch nicht schlecht. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Schieb nicht außerdem zu weit. Ach, geil. Ich will aber auch kein Echter geben, dieses Spiel. Die Belohnung dafür ist besser gut. Ja, du bist jetzt Vollzeit-Beschäftigter. Ja. Die denkt sich wahrscheinlich, ich muss dem nicht mal was bezahlen dafür, dass er uns hier ordentlich ordnet. Oh. Das sieht schwieriger aus. Das ist es aber nicht. Du darfst aber den Roten, den musst du nach unten schieben, als er erstes. Du darfst nicht auf das Ding auf das Rote Feld schieben. Sehr, sehr unschön. Also. Hm. Hm. Ja gut, die sehen recht simpel aus. Ja. Ähm, das mit dem Grün ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das kriegst du auch hin. Ja. Sollte. Du darfst halt nicht den Roten vorher einsortieren. Ja genau, man darf halt nicht die Roten vorher reinschieben. Ä? Obwohl sogar... Nein, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte. Ich dachte das. Willst du? Oh. Was wollt ihr? Ja, ich ja auch. Verswirt mich nicht. Das war natürlich Juppa. Ja. Ähm. Wir haben nichts gesagt. Bin ich zu clever für euch? Es war... Es war alles geplant. Weil du bist zu clever. Es war alles geplant. Oh nie! Level geschafft! So! Hey! Jetzt haben wir 11 Level! Oh! Vielleicht haben sie ja nur... Vielleicht haben sie ja nur 13 Level! Vielleicht sind wir 13! Nein, schiebt! Ja! Nein, nicht! Ja! Na gut, das ist auch... Wo es nur dazu sei ist, am Anfang so ein bisschen einzuträumen, dass man aus Versehen die erste Kitsche gleich reinschiebt und dann merkt man... Scheiße! Ja! Das sind alles tolle! Das ganze Spiel ist ein einziger Troll! Ja! Also... Ich hoffe das ist nach 15... Ich kann ja mal! Sonst fress ich mein Benzin! Die Musik dazu! Ja! Ich kann ja mal... Wie heißt das Spiel nochmal? äh... Lego Island... Xtreme Island... Xtreme Hills着... Ah그래. Nein, Xtreme Kissges... NeGO Island... Necess ista was... hakhahahahahahahahahahahaa .... da Jessie heißt XtremeXtern, das hier ist Kissh sends.... oder wie? Ja ha! L Dubuudu, lego axle Xtreme. Guck mal nehm' ich nicht grade... Wasst das Spiel half arakillah? Ah, Xtreme Ü…! Xtreme N sympa mit Xtreme N地方… ja, so gut, normal. Kannst ja mal schon mal gucken. Genau, das ist sauber. Schau mal, die Belohnung des Windels ist gut dafür. Mini-Mission ist es das? Ne, das ist was anderes. Toil, wie viel steht hier drin? Kannst ja mal nach Post gucken. Stream Stunts? So? Ich nenne es mal Kitschen-Cheap nenne ich es mal. Kitschen-Cheap, das gibt sogar. Heißt das auch so? Aber das heißt anders, das heißt Lagerarbeiter. Ja, oder so? Lagerarbeiter, ja, ich hab hier jetzt so ein Artikel gefunden. Ähm. Wo ist denn das hier? Hier stand doch grad das Trennen noch. Hm, 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 hm. Ja, Minigame. Toll, schön. Hier steht jetzt nur Knapppunkt. Nur Kistenschienen. Wow. Toll. Ähm, ich guck mal weiter. Ich hoffe aber, dass das hier das letzte Ende ist. Ansonst... Ich auch, ey. Ist so. Das ist gar nicht mehr echt clean. Das ist ja wirklich ein ganz spieles Spiel. Ich kann aber ja nicht wirklich viel falsch machen. Doch, kann man schon. Aber irgendwie kann man das. Und irgendwann wird es dann auch langweilig. So nach dem fünften Level. So ein bisschen zu hoher. Wie viel dann? Wir haben es geschafft. Oh, Mann. Super. Oh, Mann. Super. Oh. Und was haben wir gekriegt? Da kann ich Kugel wieder zugucken. Kann ich Kugel wieder zumachen. In sieben Minuten. In sieben Minuten. Wir haben anderthalb Folgen damit zugebracht. Und was haben wir gekriegt fürs Kistenschieben? Nix. Gar nix. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's uns ein Auto. Oder so. Vielleicht passiert ja was. Vielleicht kriegen wir ja... Wir dürfen rumlaufen. Oder. Oder halt. Oder halt. Alic. Oh. Ich guck mal grad nach, ob wir irgendwie eine Sammelkarte oder halt. Das kann doch nicht sein. Haben wir Karte bekommen? Quatsch. Hm. Was? Vielleicht musst du nochmal mit der Frau reden. Vielleicht. Das kann sein, ey. Bleib mal am Haken. Frag mal die Frau. Haken? Ja, machen. Was hab ich gesagt? Haken? Haken. Haken. Bleib am Haken. Haken. Am Schluss gesagt. Ja, ha. Oh Mann. Aber merk ich. Ist gut. Ist ein guter Spruch. Also irgendwie haben wir schon eher aus dem Raum nicht bekommen. Haken. So, Enti-Line. Ich sprech jetzt mal mit dieser Frau. So, frag die doch doch mal. Aber ich hab irgendwie Angst, dass die dann nochmal anfängt. Jetzt kommt das... Ne, sie sagt dann so, oh du willst Level 16 bis 30. Genau. Wenn du es nicht glaubst, ist es weg. Wusstest du das, Herr Post jeden Mal? Ich hab nichts bekommen, glaube ich. Gar nicht. Ne, toll. Aber grad noch ne Sammelkarte halt. Oh, ich hab nie gelandet. Na ja, was? Einfach nur das Spiel geschafft. Vielleicht hat er einfach nur einen Prozentpunkt gekriegt oder so. Oh, Mann. Obwohl dieser Fortschritt eigentlich gleich 10 Prozentpunkte kriegen müsste. Und da haben wir einem anderen Teil folgende zugebracht. Ich glaub es nicht. Das Gute ist, dass du jetzt vergessen hast, was du eigentlich tun wolltest. Wahrscheinlich. Oh. Nein, ich weiß es noch. Ich suche weiterhin nach dem Ort, dass ich nochmal das auswarten kann. Ach, du weißt es noch nicht. Ja, das kannst du machen. Du musst überlegen. Aber wo ist das? Weiß nicht. Du kannst ja auch erstmal ein Auto reiten. Du kannst ja auch erstmal ein Auto reiten. Du kannst ja Motorrad silber erstmal machen. Das ist ja hier. Motorrad silber. Ich glaub nicht mehr. Ich wollte jetzt eben sagen, du kannst das Motorrad fahren, so wie man hier Auto fahren kann auf der Insel. Da stand eins. Ich weiß. Ja. Ja. Aber ich mag Motorrad fahren nicht so. Ne. Patsch. 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 Das sind ein Auto geklaut und ihn umgehauen. Was für ein Auto? Bisschen brutal. Das ist, was da steht. Doch, das stimmt. Doch, das stimmt. Das gehört dem nicht. Das gehört dem nicht. Das gehört mir. Das gehört niemandem. Nein. Nein. Was erzählst du? Das ist mein Auto. Das gehört nicht nur ein Auto. Das gehört nicht nur ein Auto. Hm. Hm. Na gut, dann machen wir Motorrad. Ja. Dann fahr doch hier mal schön. Ja. Genau. Ach, brauchen wir. Silber. Einfach mal. Einfach mal probieren. Silber. Silber. Das ist der Silber. Das ist der Silber. Mr. Silber. Das ist der Silber. Mr. Silber. Hier präsentieren. Hm. So, ich musste meine Tür gerade mal zu machen. Ich hatte nämlich jemand eben beim Reinkommen einfach... Mach das mal. Ja, du kriegst die Tür nicht zu. So ging es mir bei dem Rätsel, den wir eben... Scheiß 15 Level. Ja. Nach dem fünften war es nur noch nervig. Ja. Ich hoffte nach jedem... Beim nächsten Rennen fährst du durch verschiedene Teile der Insel. Los. Schnall dich an und gib Gas. Zeige mir... Pass bloß. Machen wir das nochmal. Machen wir das nochmal. Yeah. Hm. Was ist los? LASTER! Last. Jetzt findest du gleich 8KLB. Oh cool, cool. Der Skiller, der ist da oben, da. Was? Was? Was passiert hier gerade? Ich bin da mal doof. Ich bin doch Erster. Keiner weiß, was passiert ist. Bleib dran. Bleib dran. Ja, bleib dran am ersten Platz. Am Markt. Am Markt. Bleib am Markt. Das ist auch der Eingang zum Fremdschiff. Ihr habt ja wohl... Oh nein! Du bist doch Erster! Ich bin jetzt auf die Tür! Oh nein, nein, nein! Er kommt gleich! Was passiert hier? Was passiert hier? Du musst wieder runterlassen. Ich bin doch Erster, was geht hier? Das ist doch nicht normal. Du warst zu hören, zu sagen, ja genau, der Typ ist noch hinter mir. Verschwinde! Na, wie riecht mein Gummi? Oh nein. Hallo. Hallo. Na, wie riecht? Wie riecht? Wie riecht? Noch mal. Mitten im Wind wie als die Wind bis zum Bahn. Wuh. Es ist nicht. Oh, jetzt ketterst du aber ganz schön da so ne? Und jetzt oben rauf! Yeah! Yeah! Das ist jetzt schon sehr gut! Da kommt gleich noch... Sehr sehr gut! Sehr sehr geil! Sehr sehr geil! Hoppa! Vielleicht kommt ihr endlich in die Seite! Ja! Nein! Oho! Was ist denn das denn geschafft? Ja! Jetzt! Oh nein! Jetzt! Oh nein! Gar nicht! Nein! Doch! Was? Oh nein! Das Ding tut mir nur noch los. Was geht, Alter? Oh Gott! Du siehst den ganzen ganzen Tag! Ja! Ja! Vielleicht kommt noch ein Schnauf! Nein! Weiß denn noch ein Schnauf! Du bist doch! Ja! Komm! Jetzt kann ich nicht mehr aufheißen! Komm nur noch die Bucke! Ja! Aber da kommt noch was! Das ist gefährlich, glaube ich! Nein! Da kommt nichts mehr! Kommt noch mehr! Soll der noch kommen? Das ist nichts! Lass aber die Zeit noch ab! Oh Gott! Ja! Ja! Das war das Ziel! Das war das Ziel! Das ist das Ziel! Oh Gott! Das wiederholte man nächstes Mal! Ja! Oho! Herrlich! Scheiße! Als ob! Es war ja schon... Es war ja Abliefer! Es war eine Sekunde, die der fehlt! Oh, ein Schlauch! Dieser Drecksschlauch! Oh nein! 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 Na gut! Bis dann! Ciao! Bis dann! Tschüss! Ciao!